Blind Cooking, na da bin ich mal gespannt. Mh, das licht aber gut hier. Ja, Alchemassiv. Oh, Naturstein. Voxerankochfeld. Multifunktionseinsätze. Relaxmax. Apothekerschrank. Na, ich werde mich da mal um die Drinks kümmern. Teppanyaki Grill. Und wird uns der Zug? Da haben wir die schönsten Küchen, aber keine Steckdose. Ist das Essen schon fertig? Jetzt minus 25% auf viele Einbauküchen. Und zusätzlich bis zu 500 Euro sparen mit dem Küchenservice-Check. Der XXXLutz. Was der alles hat?